Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Let's Play AeroSports Online, Folge Nummer 267, ne 268 sind wir jetzt unterdessen, ne 67, genau, ich hab's grad geschrieben und da ist tatsächlich noch ne Quest, da ist tatsächlich noch ne Quest, ich bin hier gerade angekommen am Wegschrein, ich hab's ja in der letzten Folge gesagt, bin hier in dem Wegschrein gereist, an dem Wegschrein des Brutsumpfs, hab ja gedacht hier unten war ich noch nicht und tatsächlich, ich war da unten noch nicht und da ist tatsächlich noch ne, da hat jemand gepupst und da ist ne Quest, da hat jemand gepupst, da ist ne Quest, da hat jemand gepupst, Juhu, ich hab ne merkwürdige Wolke und wie Gott, die grüne Wolke, nein, das war ein bescheuertes Film, eine schöne Frau, ich bin froh, dass es euch gut geht, Marius wird jetzt mit euch sprechen, er hat mir verboten noch mehr zu sagen, Wer ist? Ihr habt Glück, Rea hat ihr Leben riskiert, als sie euch aus dem Giftgas gezogen hat. Wer seid ihr? Die meisten Kaiserlichen sind den Mitgliedern des Paktes gegenüber nicht so unvoreingenommen, aber sie ist naiv. Was machen Kaiserliche in Schattenfällen? Wir räumen eine Sauerei auf, nur dass ihr es wisst. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Wenn Rea und ihr Diplomatenvater nicht zu ein Gewese darum gemacht hätten, dass das Gift diesen hinterweltlerischen Sumpfbewohnern schaden könnte, wäre ich gar nicht hier. Das genau meint ihr. Aufgrund eines Fehlers in der Verwaltung hat das Kaiserreich in einer Mülllieferung Gift mitgeschickt. Manche Leute meinen, wir wären irgendwie dafür verantwortlich. Hier in dieser Brühe herumzustapfen ist unter meiner Würde, aber euch scheint es nicht zu stören. Ein Vorschlag, ihr räumt hier auf und bekommt dafür ein paar Münzen. Na, das liegt daran, dass Mitglieder des Paktes, also des Ebenherzpaktes, gegen die ihr gerade verliert in Cyrodeal, mein guter Herr, keine Angst davor haben, sich die Stiefel dreckig zu machen. Was wahrscheinlich der Grund dafür ist, warum ihr gerade den Arsch versorgt bekommt. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist wirklich das Pakt gerade in Cyrodeal. Ich kann es ja gleich mal zeigen, ob das immer noch so ist. Ich werde tun, was ich kann. Was braucht ihr denn? Rea braucht dem Panzer einer Riesenvespe, um daraus eine Art Behälter zu machen. Ich bin sicher, sie würde euch gerne alles darüber erzählen. Bringt den Panzer einfach zurück in unser Lager, damit wir damit loslegen können. Gut, dann lebt wohl. Dann gehen wir gleich mal mit Rea, aber kurz zeige ich noch, ich zeige noch mal ganz kurz, wie es in Cyrodeal aussieht. Und ja, gut, momentan sieht man da nichts. Wieso sieht man hier nichts? Ja, doch, doch, ja, genau. Also wie man sieht, ich glaube, ich habe es schon vor ein paar Folgen schon mal gesagt. Die Kaiserlichen und das Dominion und das Bündnis. Die werden hier gerade angriffen. Unglaublich. Da haben sie sich zusammen getan, um uns anzugreifen. Ha, 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 ha. Was ist das nicht? Mal gucken, ob sie sich zurückschlagen. Also die bekommen hier gerade ziemlich den Arsch versohlen. So, Marius, mit dem habe ich ja schon geredet. Äh, Rea, genau. Marius sorgt sich nur um sich selbst. Als ich euch aus diesem Gift zerrte, tat er nichts. Er hat mich sogar verspottet. Ja, so ein hudig, aber auch. Äh, so ein unfreundlicher Mann. Sie sieht ein bisschen italienisch aus, römisch. Soll wahrscheinlich so sein. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Dieses Gift wäre gar nicht hier, wenn nicht die kaiserliche Inkompetenz wäre. Genau. Ich bin hier, um zu gewährleisten, dass die Bewohner des Sumpfs keinen weiteren Schaden durch das Gift erleiden. Was viel wichtiger ist, warum stellt das Kaiserricht Giftgas her? Ich sollte euch das eigentlich nicht sagen, aber ich schere mich nicht um Ränge. Das Gas ist eine Versuchswaffe, die sich als zu gefährlich für das Schlachtfeld erwiesen hat. Sie sollte eigentlich in den Katakomben der Kaiserstadt unter Verschluss stehen. Aber das ist offenkundig nicht der Fall. Ja, in den Katakomben der Kaiserstadt sieht es ja wahrscheinlich ähnlich aus wie in ganz Zyrodil. Überall Mitglieder des Pakts, die da rumstöbern. Ich habe keine Ahnung, wie es in den Katakomben der Kaiserstadt aussieht. Da kann man ja als normaler Spieler gar nicht rein. Aber wenn man den Kaiserstadt-DLC hat, dann... Der spielt ja in der Kaiserstadt und da bewegt man sich irgendwie in den Katakomben der Kaiserstadt. Irgendwie ganz komisch. Also da haben irgendwie drei Fraktionen, also Bündnis, Dominien und Ebenherzpakt, in den Katakomben. Und in den Abwasserkanälen der Kaiserstadt ihre Lager aufgebaut. Gut. Und Marius hatte erwähnt, das Gift wird aus einer Mülllieferung stammen. Die kaiserlichen Städte werfen ihren Müll schon seit Jahren in die Flüsse. Das Wasser trägt ihn davon. Warum sich also Gedanken darum machen? Nun, ich bin es leid, dass wir so tun, als wäre der Rest der Welt eine Müllhalde. So ist dieses Gift nach Schattenfenn gelangt. Ach ja, da ist die Zivilisation der Kaiserlichen so weit fortgeschritten im Vergleich mit den anderen. Und dann sowas. Weden Wunders. Wie habt ihr vor, dieses Gift zu entsorgen? Ich habe eine Verzauberung erschaffen, die es uns erlauben wird, das Gas einzufangen. Aber ich brauche einen besonderen Behälter, auf den ich die Verzauberung anwenden kann. Und da kommt der Wespenpanzer ins Spiel. Okay, ihr habt es verstanden. Also, Wespenpanzer besorgen, damit der verzaubert werden kann und dann mit diesem Wespenpanzer Dinge tun, also Müllabfuhr spielen. Einfach im Mülleimer machen. Solche Spitzbuben. Dreckspatzen sind das, die kaiserlichen. Ich weiß ja schon immer, dass ich sie nicht mache. Aber jetzt habe ich noch einen weiteren gewonnen, um sie nicht zu mögen. Ja, ja. So, du komischer Bamasu, ich bin übrigens hinter dir. Ich weiß nicht, ob du es mit dir triecht hast. Ja, sieht eigentlich nicht so aus. Sehr, sehr, sehr. So. Also, ein First Person hat schon irgendwie was. Du hast eine Riesenwespe, die müsste eigentlich reichen. Ah, schon wieder Krokodile. Warum brennen meine kleinen Freunde? Meine Mama hat noch eine, braucht noch eine Ledertasche. Und ein paar Schuhe braucht sie auch noch. So was kriegt man nämlich in Himmelsrand nicht. Krokodils jedoch. Fäbel ist ein tolles Spiel. Okay, das hat nicht gereicht. Dann wollen wir mal die nächsten Besten aufbauen. Na, wollt ihr mir nicht helfen, das Land zu retten? Eure Umwelt? Das ist doch alles nur zu eurem Besten, wenn ihr euch ergebt und sterbt, ihr blöden Fücher. Die töten Tiere, um die Tiere zu retten. So. Die Moral der Geschichte. Tiere töten ist in Ordnung, solange man es aus gutem Grund tut. Besondere oder ernste Situationen erfordern ernste Maßnahmen. Oder sowas in der Art. Ich habe keine Ahnung. Ich fahr sich einfach vor mich. Ich fahr sich einfach über den Schrott. Da ist sogar noch eine Quest. Sieh mal eine an. Eine Warnung. Ja, die Warnung ignorieren wir mal. Oder? Ach, ist das im selben Gebiet? Oh, ich kann es nicht ignorieren. Ich muss die Warnung lesen, um sie dann zu ignorieren. Warnung an alle Reisenden. Ihr habt es ja ganz schön lange gebracht. Halt die Schnauze, sonst wäre ich dich ins Feuer. Gebt's Rea die Schale. Übrigens, so kocht man übrigens nicht. Also der Kochtopf, lieber Kaiserlicher. Also es ist kein Wunder, dass ihr verliert, wenn ihr nicht mal wisst, wie man kocht. Der Kochtopf gehört aufs Feuer. Nicht hier an dem Pfosten genagelt. Das ergibt nicht wirklich viel Sinn. Ja, und mit solchen Karten müsst ihr euch auch keine Wunden, also müsst ihr euch auch nicht wundern. Da kann man ja nichts erkennen. Was ist das? Das sieht aus wie Sturm-Dings da hier oben. Nee, ist es nicht. Egal, ich nehme das Getränk mit. Abtrinken und Essen. Ich kann ja mal dieses wunderschöne Zelt bewundern und währenddessen... Wieso habe ich gestohlen eine Scheiße hier drin? Egal. Was essen oder trinken oder sowas. Wo sind das? Da brauchst du gut ja. Hartes Brot von Entolox. Ja, ich erinnere mich. Auch schon etwas sehr, dass wir das bekommen haben. Aber... Da. So, Rhea, du liebliches Geschirr. Ignoriert Marius einfach. Genau. Er wurde hierher beordert, um sich um die Interessen des Kaiserreichs zu kümmern. Aber er kümmert sich nur um seine eigenen Interessen. Hier ist übrigens der Panzer. Vielleicht solltet ihr Marius ablösen. Hervorragend. Gebt mir nur einen Augenblick und fertig. Das ist fertig. Ich habe diesen Behälter so verzaubert, dass er das Gift in sich aufsaugt. Ein Stoppsauger. Ein Stoppsauger. Giftwolken. Sobald der Behälter das Gift aufgenommen hat, könnt ihr ihn gefahrlos bergen. Wir müssen uns beeilen. Ich hoffe nur, dass niemand anderes verletzt wurde. Marius hat mich nur gebeten, einen Westenpanzer zu suchen. Oh. Ich hatte angenommen, ihr wärt Teil des Aufräumkommandos. Was hat Marius vor? Ich kenne euch nicht gut genug, um einen Gefallen von euch zu erbitten. Aber ich flehe euch trotzdem an, mir zuzuhören. Ich fürchte, Marius hat etwas mit dem Gift vor. Ja, ich fürchte da auch. Ich fürchte, er würde es gegen das Ebenherzpack verwenden. Und was möchtet ihr? Sobald ihr das Gift gesammelt habt, bringt ihr es zu mir. Ich. Es ist Marius. Er möchte mit euch sprechen. Bitte erzählt ihm nichts von dem, was ich gesagt habe. Natürlich. Schnuckelchen. Ihr habt einen Behälter. Gut. Seid ihr bereit für das, was als nächstes kommt? Natürlich. Bereit. Mensch, wieso salutiere ich vor dem? Das macht keinen Sinn. Rea und ich werden uns um das Gift in dieser Gegend kümmern. Ihr kümmert euch um alles jenseits von Zischmeer. Sobald ihr das Gift gesammelt habt, bringt ihr es zu mir an den Entsorgungsplatz bei Zug. Rea traut euch nicht. Wenn ihr meine Hilfe wollt, dann muss ich wissen, warum dem so ist. Rea möchte lieber das Richtige anstelle des Nötigen tun. Ich bin Soldat. Ich habe diesen Luxus nicht. Hört zu. Ich bin bereit, ein hübsches Sümmchen für eure Hilfe zu bezahlen. Falls ihr euch entscheidet, dass ihr das Geld nicht wollt, dann zieht eure Wege. Ah ja. Er ist also Soldat und Rea nicht. Was? Stell den Behälter in den Weg der Wolke. Setzen wir zauberten Behälter ein, um Giftgas zu sammeln. Das ist ja Witz im Witz, oder? Also ich brauche doch nicht... Ich ernte im Verderbenden Einfluss aus Tiefgräber. Okay. Ja, das kann ja schön werden, ne? Also was ist das hier? Giftgas und Giftgas. Ich muss jetzt wirklich da hinlatschen und die blöden Scheißbehälter. Ist das nervig. Ist hier irgendwo ein Schnellreisepunkt in den... Ne, ist auch kein Schnellreisepunkt in den... Ach Gott, ist das... Da muss man über das heilbe Ding latschen. Wer hat sich denn schon wieder sowas ausgedacht? Hallo, meine Damen. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Gerade eben war das Gift doch noch woanders. Das wandert. Das Wandern ist das Gift, das Gut. 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 Kann danach eigentlich noch was? Ich weiss gar nicht. Ich kenne immer nur dieses eine und das ist ja eigentlich das Müllersgut. Ich habe keine Zeit für welche blöden Mistviecher. Ich muss hier Gift sammeln. Ich bin nämlich unter die Dinge gegangen. Unter die Müllabfuhr. So, Giftbehälter. Hallo? Hast du jetzt mein Gegenstand noch nicht bereit? Na also, es geht doch. Oh, das ist aber ein netter Effekt. Hat sogar so ein bisschen Ähnlichkeit, also mit dem Geräusch. Ich muss das wirklich in den Weg, äh, 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 ich muss das wirklich, ich muss jetzt wirklich gucken, wo das hinwandern, wo war, wo wandert es denn hin? Oh, es kommt doch viel zu. Oh, nee. Hey, das ist doch scheiße, was ist denn das hier? Giftgas reden. Ah ja, ich rede mal mit dem Giftgas. Was? Das Ding wandert so lahm. Da passiert gar nichts. Ach, jetzt leck mich am Arsch, du, du Arlid. Ja, also das weiß ich dir sowieso vor, aber ich kann jetzt keinen Nerv auf dich. Ah, jetzt kommt es auf mich zu. Es ist nervig hier, das ist echt. Oh, wer hat sich die scheiße ausgedacht? Oh, ja, 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 ja. Jetzt mach schon, das Giftgas kommt schon wieder nicht. jetzt kommt es hier hin oder es bewegt sich so lahm dass man es gar nicht erkennen kann ob das jetzt kommt oder nicht jetzt mach hallo na also es geht doch endlich das war ja eine geburt das war ja eine schwere geburt da muss man auf und auf die acht steht dabei ich will hier die geduld das gas treibt mich in den wahnsinn froh wenn ich hier fertig bin ich hätte nie wieder ich hätte nie nach schatten fans zurückkehren sollen so viel spaß und dann so eine scheiße mit dem scheißgift das wird wieder so schlimm so wandert gerade hier entlang genau giftgas aufstellen gibt das behälter so erscheint mir in der falschen position zu sein aber vielleicht habe ich glück ja nee ist zwar vollkommen falsch juhu auch jetzt noch jetzt kommt ihr schon wieder da man lernt ihr es nicht selbst tiere lernen doch dass man seine nase nicht dahin steckt wo es weh tut ja jetzt kommt dieses blöde giftgas ich habe es verstanden effektives zeugs muss man sagen also aber trotzdem die waffen sind verboten also was das jetzt wieder gibt es gibt oder eher das gibt marius marius begründung war ja irgendwie schwachsinnig na also er ist ein kaiserlicher der die hilfe von dem ehemerspakt soldaten sind im gebiet des ehemerspakt es ist so geil sind im gebiet des ehemerspakt und er sagt ja ich bin kaiserlicher ich will das nötige tun das heißt das nötige ist das gas geben gegen den feind einsetzen wer ist der feind der kaiserlichen wir also wenn ich ihm das gas gibt dann heißt das ich gebe den geiserlichen die waffe und gegen uns das ist ein bescheuerter plan habt ihr das giftgas schnell jetzt gibt es mir so dumm ist inzwischen sehr ungeduldig ich bin fast sicher dass er das gift für seine eigenen zwecke nehmen wird es darf nicht in seine hände fallen hier bitte sehr ich bringe es so weit wie möglich von marius weg ihr habt heute zahllose leben gerettet ich bin eurem verrat auf der spur ihr werdet dieses gift nicht bekommen danke dass ihr mir das gift anvertraut habt ich werde es sicher entsorgen das er im erzpakt juhu 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 jemals wieder betreten seid ihr tot hört ihr mich tot ach jetzt halt die schnauze marius du bist doch wenn rias zauber nachlässt wird sie für diese gräueltat bezahlen darf ich den bitte töten wahrscheinlich nicht spielwelt unschuldige verschonen er ist ja nicht mal unschuldig na gut dann nämlich auch immer das gleiche so jetzt schreibe ich nicht so rum ja ich muss mein charakter wechseln also mein titel guckt hält des takts daher ist praktisch da kann ich stolz auf sein meister zauberein meister der zauberein nicht so sehr sieger der kriege gilt überhaupt nicht aber hält das praktisch endlich meinen titel auf den ich stolz stolz sein kann jawohl gut dann haben wir noch eine einzige question sprecht mit parasch aber will ich das machen ich meine ich habe jetzt eigentlich alles eine christin jetzt höhe auf hier um zu holen ja es kann das nicht ausstellen wenn leute rum holen na gut dann gehen wir da ein kurzen haben wir noch ganz kurz die quest hier in schatten fällen das ist dann wahrscheinlich die allerletzte die ich in schatten fänden macht es kommt noch eine dazwischen ich wollte gerade überlege ich habe überlegt ob sie jetzt den schatten fänden ist oder gemein die letzte die ich mache aber ich weiß ja wo es noch mehr gibt nur eben weiß ich auch dass die nicht unbedingt zu den normalen ist gehören weil die sind im offenen verlies kann man auch so rein kein problem aber ich mag diese offenen verliesst nicht so gerne so gehen wir mal kurz der warnung hinterher das wird bestimmt lustig nicht spricht mit parasch aber es ist schön es ist schön muss ich sagen nach diesem ganzen schnee und wald und sowas in drift und ostmarsch dieser hat hält sich für einen könig oder fein solange er sich den packt beugt ich habe keine ahnung wovon du redest dies ist kein ort für die lebenden nicht mehr wenn ihr hier seid um verlorene freunde zu ehren solltet ihr nächstes jahr wieder kommen vielleicht stehen die dinge dann besser wenn es hier so gefährlich ist warum seid ihr dann noch bei der aber nicht dahin ehrlich daher es ist falsch eine leiche an ihrer rückkehr zum hist zu hindern die reisenden die die leichen bringen nun ja wir erwarten eben dass die toten bestattet werden ich habe es versucht aber mit einer schaufel komme ich nicht gegen ihr lichter an ich kann damit nur die toten begraben und warum greifen die uhrlicher überhaupt an das hat mir der wind nicht zu gewispert es gab schon immer ihre lichter aber sie waren noch nie so gefährlich es würde mich beruhigen wenn diese bedrohung für die reisenden ein ende finden würde das leben ist hier auch so schon hart genug gut dann lass mich der sache doch nachgehen ich erwarte aber auch eine bezahnung erschlag die uhrlichter um ihre opfer zu befreien so uhrlicht erstmal ganz kurz nicht erschlagen also erschlagen heißt verbrennen noch mal drauf schlagen und dann noch mal drauf schlagen aber das hat jetzt irgendwie nichts gebracht wieso hat es denn jetzt nichts gebracht war das die falschen uhrlichter ach die uhrlichter die um diese reisenden herumschwören jetzt habe ich verstanden na gut so jetzt noch mal da drauf und da ein drauf und da ein drauf und ich muss mich auch auch gott wird das jetzt fünf mal jetzt höhe auf mir die deine liebe zu erklären damit kann ich momentan nicht umgehen so wo ist der nächste reisende kein reisenden haufen uhrlichter kein reisenden haufen uhrlichter kein reisender kein reisender kein reisender hallo reisende wo seid ihr denn ich muss euch doch retten muss noch ein paar uhrlichter verprügeln wo sind denn jetzt reisenden scheiße also wirklich also hallo wie willst du denn entschuldigt dass ich mich nicht erhebe ich bin nicht mehr der agile schlüpfligen der ich einst ja fahr so mich hier fällt voll gut ich habe dich angesprochen aber trotzdem aus mit nicht voll fahr sind war das nördlich mit einem reisenden der liegt im wasser das war sohn ja die viel können ich habe ich habe mich schon so gut aber wohnen ja sind ja anfibien am ist hier vorne noch ein reiser jahre im weg die wäse wert dann wäre ich tot ich weiß echt nicht wieso die angst vor diesen blöden dingern haben so ein uhrlicht noch hier irgendwo oder eine gruppe uhrlichter ist frei pp pura auch ein uhrlicht also eine gruppe von uhrlichtern die hier noch irgendwie reisenden ehrger und mit paranger jeden so uhrlichter sind befreit du kannst dich ihr seid ein willkommener anblick was ist mit dem ist schon wieder los reagiert nicht auf eure anwesenheit hallo das blick scheint nur noch etwas zu richter sein dass ihr nicht sehen könnt das geist den kann ich sehen hallo bis eine helfe und die geisterhaften gestalt es ist nicht gut heißt dann folgen war noch nie gut nein 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 ich bin immer ürlich da schwebt die hier auch noch äh ihr seid weit gereist rastet ein wenig bei mir warum wehrt ihr euch ich biete euch frieden ihr müsst jetzt stark sein fremder hinfort geist was war das schon wieder hier ihr habt die gefahr selbst gesehen ich habe noch nie gesehen dass sie beute so heftig angreift was für ein problem hat sie mit euch ich habe einige reisende von den uhrlichtern befreit könnte das sein ihre stimme gebietet über die verlorenen seelen daher ist das ein sehr wahrscheinlicher grund ich weine um die anderen reisenden die in ihrer falle getappt sind ihr solltet unsere verfluchten grabstätten verlassen solange ihr noch kennt wieso konnte die uns dann dann hätte die mich ja gar nicht in ihrem band ziehen können denn ich habe keine seele aber ihr habt sie vernichtet oder nein sie wurde nicht vernichtet nur kurzzeitig zum verstummen gebracht vielleicht so alt wie die sümpfe selbst ich weiß nicht was ihr interesse an den lebenden geweckt hat aber das alles verheißt nichts gutes für uns ich frage mich ob es etwas mit unseren neuen besucher zu tun hat wir hatten noch nie einen altmeer zu gast was meinst du war ein deal wirkte ganz harmlos anfangs hat er nur unsere bräuche studiert dann begann er damit fetische und überbleibsel von unseren ritualen zu sammeln das war seltsam hat aber niemandem geschadet dann wurde er dabei ertappt wie er sich an einigen unserer gräber zu schaffen gemacht hat er meinte er wollte sie nur untersuchen nur untersuchen ist also ein mikro band er hat die ruhe der toten nicht gestört ist etwas anderes ich würde ihn gern verstehen aber er möchte nicht mit mir darüber reden er hat nicht weit von hier sein lager aufgeschlagen vielleicht gibt es dort einige hinweise würde ich mal sehen was ich rausfinden kann aber nicht mehr in dieser folge von er ist kurz online sondern der nächsten bis dahin auf wiedersehen wie das lager das hochheilfen machen